Hey Friends, da ein Kunde von mir bald in sein neues Haus zieht, hat er mich gefragt, ob ich ein Bild für ihn malen kann. Und er hatte auch schon eine ungefähre Motivvorstellung, was ich in meinem Stil mit den Tropfen umsetzen sollte. Ich habe das Ganze dann in Öl umgesetzt, auf eine Leinwand mit den Maßen 1,60x1,20. Ich finde, das ist wirklich so die perfekte Größe. Es ist nicht zu groß und nicht zu klein und wirkt auch noch in einem großen Raum. Das Motiv fand ich sehr cool und ich dachte mir, dass meine Tropfen besonders dem Motiv nochmal eine andere Bedeutung geben könnten. Allgemein, finde ich, kann man das Motiv auf so viele Weisen interpretieren und es trifft einfach genau in die heutige Zeit. Ich habe dann wie immer meinen Hintergrund am Ende schwarz grundiert und da ich immer noch gefragt werde, warum ich es zum Schluss mache und nicht vorher, kann ich hierzu nochmal sagen, dass ich finde, dass schwarz einfach die Farbwahrnehmung verändert. Mein Kunde hat sich ausdrücklich gewünscht, dass er es nicht sehen möchte, bevor er es nicht abholt und ich habe ihn auch schon gewarnt, dass ich es wahrscheinlich posten werde. Macht das bloß weg für seine Reaktion.